Ja, guten Tag. Das ist meine erste Fraktionssitzung, meine erste ganze Fraktionssitzung als neuer Vorsitzender. Es gibt eine Neuerung jetzt auch für Sie. Wir stehen heute zu zweit hier. Hermann Gröhe als Stellvertreter ist dabei. Das wollen wir auch zukünftig so handhaben, um auch einfach die Breite der Fraktion zu zeigen. Hermann Gröhe wird gleich über das Thema Rente berichten. Wir haben heute eine Fraktionssitzung mit vielen wichtigen Entscheidungen, mit vielen wichtigen Diskussionen. Wir werden heute wählen. Das heißt, die vier parlamentarischen Geschäftsführer, die wir das letzte Mal noch nicht gewählt haben, werden heute gewählt werden. Ich habe die alte Besetzung wieder vorgeschlagen. Alle vier haben sich bereit erklärt, weiterzumachen mit Michael Große-Brömer als ersten parlamentarischen Geschäftsführer an der Spitze. Wir haben daneben noch die Wahlen zum Stellvertreter. Das heißt, meine alte Position als stellvertretender Vorsitzender für Haushalt und Finanzen und Steuern ist vakant geworden. Wir werden dort zwei Kandidaten haben. Das ist ja auch schon weiterhin durch die Medien gegangen. Es wird da gleich eine Abstimmung geben. Beide werden sich entsprechend vorstellen. Und wir werden das genauso wie bei der Entscheidung über den Fraktionsvorsitzenden sehr demokratisch und sehr fair regeln. Und wissen dann in einer Stunde oder in anderthalb Stunden über mehr Bescheid. Hauptpunkt der heutigen Fraktionssitzung wird allerdings die Nachbereitung vom Koalitionsausschuss sein. Alle Minister, die dort einbezogen waren, also unsere Minister von der CDU, CSU, werden nochmal die Ergebnisse des Koalitionsausschusses vorstellen. Wir werden darüber diskutieren, weil es für uns ganz wichtig ist, nicht nur im Bereich Diesel, sondern auch im Bereich Fachkräfteeinwanderung, dass wir als Fraktion den Gesetzgebungsprozess eng begleiten werden. Das bereiten wir heute vor, damit die Arbeitsgruppen in den nächsten Wochen auch die entsprechende Arbeit aufnehmen können. Inhaltlich geht es diese Woche um das Familienentlastungsgesetz, um die Erhöhung des Kindergeldes, des Kinderfreibetrages. Da ist die erste Lesung. Das ist ein großer Block. Und der zweite große Block, wo wir auch viel umsetzen, was im Koalitionsvertrag schon versprochen worden ist, ist der Bereich Rente. Und da würde ich dem Hermann einfach das Wort übergeben. Ja, herzlichen Dank. Ein für jung und alt verlässlicher Generationenvertrag, also eine auskömmliche Sicherung im Alter einerseits. Und der Schutz der jungen Generation wie auch der Wirtschaftskraft unseres Landes vorüberer Forderung. Andererseits sind zentrale Anliegen der Union im Hinblick auf die Politik der Alterssicherung, des gesellschaftlichen Zusammenhalts der Rente. Wie in unserem Wahlprogramm bereits angelegt und dann auch Eingang findend in den Koalitionsvertrag, haben wir uns entschieden, einige Leistungsverbesserungen zeitnah anzugehen und anderes wie die langfristige Entwicklung über 2025 hinaus im Rahmen einer Rentenkommission vorzubereiten. Der erste Schritt erfolgt in dieser Sitzungswoche mit der ersten Lesung von Rentenpaket 1. Ich erwähne zunächst die beiden Leistungsverbesserungen, auf die nicht zuletzt die Union gedrungen hat. Das sind zum einen Verbesserungen bei der Erwerbsminderungsrente. Es geht darum, dass die Erwerbsminderungsrentner im Hinblick auf ihre Rente, dass das Bezug nimmt, auf den ansteigenden Renten eintritt. Und das bedeutet eine Verbesserung der materiellen Situation von Erwerbsminderungsrentnern, denen gleichsam bei der Berechnung ihrer Rente eine längere Lebensarbeitszeit unterstellt wird. Ein wichtiges Zeichen, ja auch angesichts des langsam ansteigenden Renteneintritts, dass wir denen besonders helfen, die nicht mehr gesundheitlich in der Lage sind, ihrer Arbeit nachzugehen. Das zweite sind Verbesserungen bei der Mütterrente. Hier geht es darum, mit einem halben Punkt mehr bei der Berechnung für Mütter von Kindern, es sind vor allen Dingen Mütter, aber es betrifft natürlich auch Väter, aber deswegen hat sich das Wort Mütterrente eingeprägt, mit einem halben Punkt für alle Kinder, die vor 1992 geboren sind, hier ein Stück mehr Anerkennung der Kindererziehungszeiten auch in der Rente herbeizuführen. Auch dies setzt einen Punkt aus den Wahlaussagen der beiden Unionsparteien um und fand Eingang in den Koalitionsvertrag. Wir werden zum zweiten die sogenannte Gleitklausel für Midijobs, das klingt sehr technisch, erhöhen. Das bedeutet, mehr Menschen mit einem kleinen Einkommen, die von unserer Politik der Steuerentlastung für kleinere und mittlere Einkommen nichts haben, werden bei den Sozialversicherungsbeiträgen entlastet, ohne dass es zu einer Leistungsverkürzung kommt. Und schließlich haben wir, unumwunden sei es gesagt, einen Kompromiss der Koalitionsverhandlung, die gleichsam doppelte Haltelinie bis 2025, kein Beitragsanstieg über 20 Prozent, kein Absinken des Rentenniveaus unter 48 Prozent bringen wir gesetzgeberisch auf den Weg. Uns als Union war in diesem Zusammenhang immer wichtig zu betonen, Diese Festlegung darf nicht zu weiteren Vorfestlegungen im Hinblick auf die Arbeit der Rentenkommission da nicht zu Denkverboten führen. Das haben wir in der Sommerpause bei sich bietender Gelegenheit deutlich machen müssen. Herzlichen Dank.